So, das macht man natürlich als erstes, wenn man sich ein Lager aufgebaut hat. Das Lager wieder kaputt, ne? Oh. 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 Schön alles eingerichtet und dann wird drauf geschlagen. Oh, ich hab mir nie geschlüsselt. Keine Ahnung. Können die Leute wecken hier? Nee. Jo. Ach, mach mal. Guck mal hier wie der Gandalf schläft, das sieht ja richtig geil aus. Wie so ein Aff am Baum. Ich bin ein Aff am Baum. Hä, was machst du? Hö. Hö. Wie denn? Ran einfach. Einfach nur geradeaus jetzt. Geradeaus. Hö. Hö. Dann häng ich an dem Ding, du fährst. Ah, nein. Nee, das geht ja gar nicht. Hier war das ja so, du musst erst mal hier kaputt machen, damit ich hochkommen kann. Die Leiter hier irgendwo runter waren. Guck mal hier, ich kann schon fast so da hoch. Ja, bau mal. Stimmt, da draußen muss man eine Leiter bauen. Komm ich da schon dran? Ja. Ach, du musst gedrückt halten. Das Mini fällt mir echt schnell hin, leider. Aha. Du, 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 du. Und, du, 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 dein drunter. Wau. Ja, achso, jetzt kann ich hier. Ah, das Zweck kannst du da auch durch. Was machst du denn? Ach genau, jetzt muss man... Hat man noch eine Leiter? Packen wir mit an. Ach, jetzt müssen wir uns alle da hinstellen, das ist ja witzig. Guck, jetzt musst du noch drauf. Geh nochmal zu dem. Da oben ist so ein Haken, hast du gesehen? Ja. Wahrscheinlich nur wieder mit einem anderen benutzen. Jetzt kommst du wahrscheinlich schon oben dran an dem Baum. Wo noch die Steine da? Wieder links die. Die Steine da? Die Steine, die da, die kann ich nicht holen. Nein, nein, die du gerade aufgesammeln hast, meinte ich. Achso. Oh, Leute. Jo, das war das für da, ne? Gib dem Pferd mal eine Ecke. Aber... Ah... Nein, da oben war noch ein Tor. Ja. Ja, das war ein Mitri-Tor, das können wir nicht öffnen. Achso. Wo ist denn der Gaul? Ich weiß nicht, ob irgendwer einen Haken von uns benutzen kann. Ah, die kommen da ja gar nicht hoch, kriegt auch nichts. Ja. Die Orks kommen. Sie haben seinen Bart, du siehst. Was war das? Orks. Dort sind wir da draußen. Haltet ihr das für lustig? Haltet ihr einen Orkangriff bei Nacht für einen Scherz? Wir haben uns nichts dabei gedacht. Ihr wisst nichts von der Welt. Nimmst ihm nicht übel, mein Junge. Thorin hat mehr Grund als die meisten, die Orks zu hassen. Nachdem der Drache den einsamen Berg an sich gerissen hatte, forderte König Thor das uralte Zwergendeich Moria zurück. Doch unser Feind war bereits vor. Jetzt das kommt, was ich glaube, dann wird's geil. Moria war von Orkschaden eingenommen worden. Angeführt vom Abschuldigsten ihres gesamten Fonds. Ah, das muss hier tatsächlich ein Obster klappen, ey. Wie geil. Sterb. Oh, Alter, kommt hier viel, ey. Das ist so eine krass. Das ist recht, Junge. Mach dich futti, ey. Alter, liegt hier viel Kram rum. Das ist krass. Ja, das fiel mir hier noch kaputt, mein Kram. Ey, erinnert mich. Ich erinnert mich irgendwie an so ein Strategiespiel. Oh, Leute, ich meine wieder zu mir. Ich bin gar nicht durchgekommen. Alter. Ganz schön aggressive. Hässlinn. Ein riesige, wunderbar Ork hatte geschworen, die können mir kaputt machen. Auszulöschen. Ja, die Orks sollten mir lieber Mager gut machen. Guck mal hier. Die Marge, die Marges. Auszulöschen. Boah, jetzt hier die Truhe, ich weiße. Nein, die hier. Nein, Mitri-Truhe, die kann man nicht kaputt machen. Ich will die zermetzeln, Alter. Oh, die fette Zwerger da. Ibel da trifft. Oh, nicht uns. Boah, hier sind ein paar, die sind richtig stark. Da brauchen wir schon einige. Man darf nicht hier außen hinkommen, wo die alle sind. Die klopfen nicht kaputt, direkt. Ja? Alter, die lassen mich da ganz schnell raushöhnen. Jetzt. Weeeeh! Ich weetsch nicht so rum. Drecksvieh, Alter. Oh, hier ist einer mit einer fetten Rutsen, Alter. Man verliert sauerleichte Lieber. Man muss einfach nur noch auf X drücken, Alter. Oh, der hämmert auf die Druck. Alter. Boah, jetzt kommt ein riesen Zurm, oder was ist das? Fetter Droll vor allen Dingen. Alter, ich kann gar nichts gegen ihn machen. Nee, ich auch nicht. Zieh mich lieber mal ein bisschen. Doch, da steht zu zweit. Ah, zu zweit. Wie verbindet man sich nochmal? So. Auja. Bam. Geil. Die Shorts. Ey, boah. Nice. Doch mal hier verbinden. Verbind, Niki. Ja, ja. So. Oh, mal geile Animationen. Richtig geil. Oh, das sind... Was sind das denn? Alter, warum machen wir denen keinen Schaden? Okay. Warte mal. Was muss man hier bauen? Oh, fuck. Ich bin Kerl. Hey, ich kann den keinen Schaden machen. Ah, jetzt geht's. Ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie... Boah, ich hab den Hammer rausgeholt. Och man, dann war das dumm, dass ich den vorher nicht hatte. Wer hat so einen Haken? Wie kann ich das denn nochmal sehen? Wofür wir durchwechseln irgendwie? Also der, den ich hat mit... Der hat einen. Der hat einen. Der hat einen. Oh, Leute. Das ist nicht. Ich hab den gerade übernommen und direkt tot. Na. Hier, warte, jetzt hab ich einen. Alter, nein. Du sollst die Scheiße. So. Krass, ey. Du kommst einfach mal aus der Sperre gekommen. Ich will wieder Tobi sein. Wenn die Gegner kommen. Ich hab sie. Okay. Der Hammer ist heftig. Der Hammer ist richtig heftig. Und jetzt? Oh, man muss uns weiter tun. Aber der hat einen Totenschädel oben drauf. Oh, da ist noch direkter Haken irgendwie. Oh, der fängt mir direkt in die Fresse. Alter, der... Verbrinden! Krass, der greift eigentlich an. Ja, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hier. Schick Unterhose. Mach ihn kaputt, Junge. Wie entstanden hat. Der ist auseinander gehauen. Ja. Verbinden. Aha. Geil, move. Bam. Hammer. Das ist ein Orkin noch, ey. Verbinden. Nein, nicht verbinden. Ich muss da oben direkt machen. Ja, ich muss direkt da oben hier. Was will er denn? Machst du direkt kaputt. Ja, absolut. Oh, lol. Da kann noch irgendeiner an, der hat mich weg gemacht. Kann noch sein, als ich halt aus Versehen war. Ja. Ja, muss da auch sein. Zu geil, wenn wir die wegkriegen. So, jetzt verbinden. Für sie. Au, warte, noch einsammeln. Oh. Oh, Leute. Jetzt können wir die nicht mehr verbinden, sonst können wir die nicht killen. Man verliert jetzt so schnell den Überflieg. Ja, Mann. War so viel los. Mit dem Hammer kann ich die aber gut weghauen, Alter. Ja. Boah! Hast du das gesehen. Und Tod kam auf die Barsche. Nein! 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 als Schild in den Händen. Ja. Oh! Die hab ich einfach mal weggekillt. Oh, oh, oh. Oh! Oh! Ah! Ich bin direkt im Bosskampf mit dem, Alter. Nein, es ist. Ich kann da gar nicht mit einschreiben. Jawoll! Hab ich dem böse gegeben, Alter. Mach's da, Alter. Oh, da war's ein Minikit drin. Alter. Hol's raus. Beginn das. Einfach reingehen. Abs. Ich bin eh schon mal auf die Töten gegangen. Nice. Wollte ich gar nicht eigentlich. Wow! Oh! Haben wir auch noch weggekickt? Kann da gar nicht eingreifen. Ja. Wollte ich bei dir vorhin auch nicht. Geh weg, der macht jetzt so irgendwas. Kannst du nichts dagegen machen. Der haut erst wieder ab. Komm schon hinterher? Ne, der haut wieder ab. Puste! Ah, ich hab irgendwie eins von fünf oder sowas. Nichts hoch hat der, ja. Hört die ganze Zeit ab. Wo ist der denn jetzt? Da, auf dem zweiten Ding. Keine Ahnung. Ah, wir müssen einen mit Haken holen. Wir hatten einen Haken. Wir hatten einen Haken. Wer hat denn nochmal einen Haken? Dieser eine Typ der Bogenplätze oder du? Ne. Äh, der, der wir den früher noch hatten. Oder wer ist denn das hier? Ja, der hier. Ja, genau. Der. Wo ist denn der Haken? Da. Da oben B dann drücken. Ne, ne. Einmal B drücken. Und dann B, 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 B. Stimmt. Boah, direkt getötet. Ah, hier ist nochmal so ein Haken. Und statt bauen. Ah, dann kannst du es da runterziehen. Nicht mit dem anderen schon, aber der andere steht. Oh, wir haben einen, äh, Meisterliebelang. Also Gold, so und so viel Gold an wie gesagt. Dölf? Das wollte ich nicht. Ne, ich wollte auch. Dreh drücken für den Haken. Du musst näher ran, bis es angezeigt wird, oben ist bei dir. So, da musst du ran. Dölf verpissen. Ah, du musst wahrscheinlich von oben, ne? Geh mal da hoch. Ich versuche mal, dass du mich schmeißt. Im Moment schmeißt er gar nichts. Ja, oder? Stopp. Ne. What the fuck? Der schmeißt auf dich. X. Ach, lol. Oh, warte. Du musst mich mitnehmen. Ah, ne. Du musst ja nur killen. Geh einfach hin. Ah. Und dann killst du den jetzt. Das ist die Du, noch mal. Alter. Uaw. Habe ich dir nicht was gegeben. Okay, gut. Arzog war besiegt. Damals sagte ich mir, diesem einen kann ich König nennen. Und der bleiche Ork, was ist aus ihm geworden? Dieser Abschaum ist vor Langen an seinen Wunden verreckt. Der Rennstil, der Rennstil, der Foto von A. Sie haben sich in der Nähe von A. Sie haben sich in der Nähe von A. Sie haben sich in der Nähe von A. Ah, nice! Wobei... Arzog! Jawoll! Oh, haben wir ganz schon viele! Zwei noch zum Koffer. Wie weit haben wir denn da jetzt alles? Alle Zwerge haben wir jetzt. Glaub ich. Holen, da bin ich mal gespannt. Nice. Ah, nice. Eins haben wir. Ja, ein Rad! Eins. Sag mal nix. Alle werden die so... Dreh haben wir jetzt noch irgendwas. Ich frag mich nur, wie man da nochmal hinkommt. Wahrscheinlich, wenn man's durch hat, kann man da nochmal irgendwie rumrennen. Ja. Glaub ich auch. Weil die kommen ja jetzt erst, aber wir sind ja schon gar nicht mehr da, ne? Ja. Ja, die sind jetzt so quasi freigeschaltet. Oder wir müssen die halt im freien Spiel für freischalten. Wow, wie viele sind das denn? Das ist so krass viel. Das sind nur die Neuen. In Hobbit waren die auch noch so viele. Ach so Dinger, ich kann auch noch die bringen und so. Warte mal. Und ich jetzt spür auf. Auf der Sie jetzt. Das ist jetzt nur das.